Servus, ich bin der Johannes, bei Orthovox zuständig für die Ava-Bag-Rucksäcke und jetzt möchte ich euch zeigen, wie man mit unserem Ava-Bag-System trainiert. Nach einer neuen Studie gibt es viele Personen, die in der Lawine ihren Airbag nicht auslösen und daher ist ein regelmäßiges Training sehr wichtig. Mit dem Ava-Bag kann man unbegrenzt trainieren. Wie funktioniert das? Man spannt das System und man kann eine Auslösung ohne Kartusche machen und hört eigentlich einen Klack im Rucksack, was wiedergibt, das das System ausgelöst hat. Dafür den Rucksack in der richtigen Weise auf den Körper schnallen und schnell und ruckartig am System ziehen. Durch das akustische Feedback weiß man, dass die Kartusche angestochen wurde und hat somit auch die Sicherheit, dass das System ausgelöst hätte. Mit dem mitgelieferten Tool kann man das Ava-Bag-System wieder spannen und somit das Training beliebig oft wiederholen.